Guten Morgen, ihr Lieben! Heute haben wir richtig, richtig ekelhaftes Wetter. Wirklich, es ist mega dunkel. Ich stehe hier direkt am Fenster und die Kamera ist einfach gut genug, um es hell zu machen. Phil weigert sich gerade, seinen Schlaffsack auszuziehen. Also bleibt immer an, dann sieht er halt mal, dass er damit nicht so gut vorankommt. Und dann hoffe ich doch, dass er es freiwillig machen lässt. Das heißt, ich will heute auf jeden Fall den Paddy daran erinnern, dass wir dieses Regal hier aufbauen. Was heißt aufbauen? Dass wir dieses Regal eben hier an die Wand machen. Das hätte ich gerne hier. Und dieses Regal mit diesen zwei kleinen, da kommt ein kleines oben hin und eins unten. Und das hätte ich gerne hier an der Wand, wo die Kamera ist. Dann stellen wir die da drauf. Und das Wand-Tattoo, das kommt auch noch weg, weil das sieht nicht mehr schön aus. Da muss ein neues her. Dass das Zimmer wenigstens ein bisschen ordentlicher und schöner aussieht. Ja. Darf die Mama dir jetzt eine Strumpfhose anziehen? Hä? Wer liegt hier? Darf Mama die eine Strumpfhose anziehen? Immer noch nicht. Na dann halt nicht. Meine Zähne übrigens, die werden zurzeit richtig schief wieder. Also der hier ist schon runtergekommen. Der gehört ja eher so. Und die sind ein bisschen so nach innen. Na das macht mir schon ein bisschen Angst. Ich hoffe, das wird wieder normal. Die sollen ja gerade werden und nicht schief. Aber die werden manchmal schief, bevor sie gerade werden. Deswegen, so schlimm ist das nicht. Auf jeden Fall, die Bude will ich noch durchsaugen. Das muss man schon zweimal pro Woche machen. Ich finde es nämlich voll ekelhaft, wenn Haare von mir auf dem Boden liegen. Und der Finn dann spielt und das zwischen Lego eingeklemmt ist oder so. Da habe ich irgendwie ein Trauma von mir als Kind. Und deswegen muss das hier immer wirklich sauber sein. Ich habe gerade ein bisschen das neue Make-up drauf. Also wirklich nur hier und da. Um das ein bisschen zu verdecken. Hier meine Pickelmalen. Ich habe versucht, das abzudecken. Das hier ist ja noch von dem Möhre-Pickel, den ich damals hatte, als ich mich mit der Isi getroffen habe im Playmobil-Land. Das ist echt krass, wie lange es braucht, bis sowas verheilt ist. Gott, diese Perspektive hier vorbaut. Genau. Na ja, ich schaue jetzt mal, dass ich den Finn dazu kriege, dass er mal aufsteht. Und dass er mal seinen... Hose an. Hose an? Ja. Na, seht ihr, jetzt ist es soweit. Ja. So, wir frühstücken jetzt. Ähm, der Finn kriegt heute mal Brot anstatt Toast, weil ich mal schauen will, ob er das vielleicht jetzt mehr mag. Schließlich, naja, hängt einem alles irgendwann zum Hals raus. Egal, wie sehr man es liebt. Und jetzt macht er sich gerade ein Ei auf. Ei auf. Ei aufmachen, ne? Guck mal, Schatz. Hier macht man es rein. Super. Oh, er macht sein erstes Eierleine auf. Auf jeden Fall mache ich ihm jetzt mal sein Brot. Mama macht's klein. Ja. Ja. Danke, Mama. bitteschön so ist es fertig mit essen und jetzt keine ahnung wenn hat hier noch was ich lasse es immer noch so eine stunde ungefähr stehen falls er noch mal hunger hat und ja ich habe mir so komischen lippenstift hingemacht so ein pen aber ich glaube den gibt es nicht mehr da war von weiß nicht den gab es mal klar dass es den auch mal gab oder sonst hätte ich nur nicht das ist so dunkel leute ich sag's euch da hat man wirklich auf nix bock ich habe keinen bock irgendwas zu machen ich wollte ja saugen und so aber ich bin so ich habe voll keine lust ich glaube ich stelle er mal noch ein paar sachen in ebay weil ja ich möchte jetzt einfach mal das zeug von finn loswerden sein baby zeug was wir eh nicht mehr benutzen also kleidung heb ich auf weil man weiß ja nie und das könnte auch mädchen anziehen so ist nicht wir haben extra neutrale sachen immer gekauft nichts extra in blau oder so ja weil das nimmt sonst echt überhand bei uns also wir haben so viel baby zeug noch und noch gar nichts verkauft wir haben wirklich noch finn sein ganzes zeug wir könnten jedes kind also wenn ein kind jetzt im alter von zwei wochen zu uns kommen würde wir könnten es versorgen ja genauso wie in ein halbjähriger ist ein einjähriges und deswegen muss das jetzt endlich mal weg ich habe jetzt gesaugt deswegen schwitze ich jetzt wie eine verrückte lauflernwagen gibt gerade sein geist auf beziehungsweise die batterie und gerade bei vtech ist mir aufgefallen die fangen dann an zu hängen und sagen immer das gleiche sehr nervig sind wir eigentlich verkaufen aber jetzt spielt der finn doch wieder damit genau also ich habe jetzt wäsche gewaschen wollte wäsche zusammenlegen aber irgendwie ist die nicht richtig trocken ich hoffe jetzt mal dass unsere trockner nicht schon wieder verreckt das wäre mal richtig bescheuert und hoffe dass es eine ausnahme war oder nicht richtig eingestellt auf jeden fall kann ich die so nicht zusammenlegen die müffel dann deswegen tue ich die gleich noch mal ein trockner wenn die andere maschine fertig ist dann habe ich wäsche gewaschen das ganze haus gesaugt normale haushaltsprobleme jetzt rühre ich mich erstmal ein bisschen aus und der finne wird demnächst auch mal ins wett gehen ja und dann mal gucken entweder schlafe ich mir da ich schaue ein paar youtube videos oder schneid mal einen vlog einen habe ich schon gibt einen habe ich schon geschnitten also den ersten teil natürlich jetzt habe ich halt noch den zweiten und dass ich eben schnell hinterher komme und nicht auf einmal hier vor sieben vlog stehe und die alle nacheinander so schneiden muss es auch doof irgendwie ich habe mich jetzt entschieden die vlogs die kommen online wenn ich alle fertig gedreht habe weil nicht dass ich wieder sagt oh ja ich will öfter vloggen und da kommt irgendwas und dann mache ich es wieder doch nicht Finn macht zurzeit ja riesen theater beim schlafen und er hat es aber selber gesagt er möchte ins bett jetzt bin ich echt mal gespannt ja ob das jetzt auch so funktioniert ich wollte eigentlich die gitterstäbe ja draußen lassen warte mal muss noch kurz den schalter runter machen aber er hat nie geschlafen also wirklich normal ist ja klar er muss sich erst daran gewöhnen räumst du schon auf normal ist es ja man muss sich daran gewöhnen ist klar aber er hat wirklich gar nicht geschlafen und jetzt über eine woche und deswegen habe ich jetzt doch wieder rein weil dann ist halt einfach noch nicht so weit dann probiere ich einfach in ein paar wochen noch mal mein gott was soll's dann hat er eben noch ein bisschen länger seine gitter was simba holen ok mama holt den simba ja die mir auch die mir auch er braucht seine kuscheltiere habt ihr ja schon mitgekriegt der simba ist gerade total hoch im kurs den liebt er wirklich mein gott es ist so dunkel so ja genau aber ich habe jetzt erst mal zu paddy gesagt wir dürfen auf jeden fall nicht gleich immer die gitterstäbe wieder rein tun aber gewöhnt er sich ja nicht dran aber jetzt sehe ich selber ein wenn es nach einer woche immer noch so schlimm ist dann kapiert das einfach noch nicht finde ich wie seht ihr das macht mal der decke richtig leg dich mal hin mein schatz so leg dich hin schatzi hinlegen ja komm leg dich hin so die mie ist auch da super an mama macht musik an natürlich so jetzt machen wir aus dem vorken so mal einen kuss gute nacht mein schatz mama dich lieb und schon wieder kommt er raus ich muss sie wieder rein machen ja also jetzt habe ich es nur mal ganz kurz ich hasse es wenn die brille so runter rutscht dann sehe ich es blöd aus und sind meine augen noch kleiner die macht eh meine augen kleiner durch die brille ja ich wollte jetzt mal ganz kurz nochmal versuchen ob er drin bleibt aber er ist ja jetzt direkt wirklich direkt wieder aufgestanden also machen wir die jetzt rein und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen theater geben keine ahnung er hat immer so gut geschlafen und sich auch sofort hingelegt ich habe schon gemerkt schatz und ja so fängt es an jetzt weiß er jetzt weiß er dass ich die stäbe rein machen will und jetzt geht es los und das ist jetzt auch seit ungefähr eineinhalb wochen so ich hoffe es wird bald besser wir haben jetzt schon gemerkt er weint jetzt auch immer weniger also nicht mehr so lang und ja es ist ja so dass man Babys natürlich nicht schreien lassen soll weil die wirklich Bedürfnisse haben die haben dann irgendwas die haben Hunger ihre Windel ist voll oder sonst was aber in dem Alter in dem Finn ist ist es natürlich so dass er ziemlich seine Grenzen austesten will schauen will wie er wo weiterkommt und ja das macht er eben gerade auch ganz extrem mit dem Schlafen gerade dass er einfach immer wieder aufsteht und einfach ausprobiert ja wie er es machen kann dass er länger wach bleiben kann und so obwohl er eigentlich den Schlaf sehr sehr braucht weil er wird ja ein sehr zickiges Kind wenn er nicht schläft ja ich hoffe wir haben diesen Machtkampf bald überwunden weil es ist wirklich nicht schön ich schaue jetzt ein paar YouTube Videos weil irgendwie sind extrem viele gerade online gekommen und sonst komme ich niemals hinterher und dann mal schauen ob ich noch Zeit habe wenn ich noch Zeit habe penne ich wahrscheinlich bin nämlich ziemlich müde ich habe heute Nacht erst um vier geschlafen kommt davon wenn man Vampire Diaries die ganzen Staffeln anschaut weil ich habe ja auch Amazon Prime und ja das war mir einfach immer zu spannend obwohl ich es schon kannte und dann habe ich einfach immer weiter geschaut und weiter geschaut und irgendwann auf die Uhr und oh mein Gott es ist schon vier und dann habe ich geschlafen selber schuld mein Gott Leute ich bin so farbeil muss ich euch mal erzählen und zwar wollen wir einer Freundin einer Bekannten von Penny beim Umzug helfen von ihr ist auch diese wunderschöne Couch hier und ja die haben wir etwas günstiger bekommen weil Ferdi gesagt hat er sucht einen Hänger beziehungsweise er bringt einen Hänger mit und fährt dann mit ihrem Umzug zum Bodensee runter er zieht ihn nämlich hin das ist von uns so vier fünf Stunden entfernt lass mich lügen und ja natürlich kann Finn da nicht mitfahren das ist ja voll doof für den vier Stunden hin vier zurück ohne viel aussteigen wir wollen da dann nur kurz essen und dann zurück und deswegen brauchen wir da natürlich ein Babysitter jetzt habe ich meine Freundin gefragt die Bibi die ihr leider noch nicht gesehen habt und hat sie auch okay und so gesagt aber da wir ja beide zielig verpeilte Menschen sind hat sie jetzt vergessen dass es morgen ist und ich auch ich dachte eigentlich erst übermorgen und ja jetzt war das natürlich alles ein bisschen blöd jetzt machen wir es so dass wir Finn heute Abend noch vorbeibringen aber für Finn ist es viel schlimmer wenn man ihn hinbringt und dann gleich abhaut da übernachtet er da lieber und am nächsten Tag ist alles gut für ihn da macht es ihm auch nichts aus dass wir nicht da sind da vermisst er uns nicht so ja jetzt ist das natürlich alles spontan jetzt muss ich ihm ganz schnell noch Zeug einpacken Body ist frische und das Bett müssen wir noch von Patrick seiner Mami holen weil das ist immer da weil er schläft ja meistens wenn dann bei der Oma und ja das ist auch nur mal eine Stunde entfernt von hier also dürfen wir heute ziemlich rumfahren weil dann meine Freundin auch noch mal eine Stunde entfernt wohnt genau also haben wir heute schon was zu tun auch wenn es nur rumgefahren ist ähm ich weiß jetzt nicht also entweder mache ich einen Vlog entweder mache ich einen Vlog mehr oder es wird wahrscheinlich ein relativ kurzer Vlog dann wenn wir allein da am Bodensee kurz sind weil das ja wirklich nur Fahrt ist also es ist wirklich nur Helfen das wird kein Urlaub und wahrscheinlich auch nicht so ein Spaß schließlich ist es echt nur hin und her gefahren und ja das war's dann bis jetzt mal Finn schläft noch wir haben jetzt 15.07 Uhr und das Wetter ey das ist sowas von eklig ich zeig euch das jetzt auch mal ihr müsst nicht immer nur schönen blauen Himmel sehen ihr könnt auch mal sehen wie es anders ist hier Regen und Grau und Bläh und ich glaube sogar das ganze Wochenende soll es regnen so wir holen jetzt den Hänger wieder ab der war nämlich bei einer Bekannten gestanden und stellen ihn dann bei uns ab und dann geht es weiter zur Penny seiner Mama das Bett holen und dann geht es zur Bibi und ich habe mir gerade nackt der ist voll abgekracht weil ich die Tür aufmachen wollen vom Auto und abgerutscht bin Mädels verstehen bestimmt was da passiert ist dass die auch sowas haben das passiert nämlich irgendwie voll oft und der hier ist eingelissen keine Ahnung wie ich das geschafft habe wir sind jetzt wieder hier haben jetzt den Hänger abgeholt waren jetzt insgesamt über eine Stunde unterwegs jetzt holen wir das Zeug vom Finn tun es in mein Auto Schatz äh äh ja Schatz wir gehen doch gleich weiter äh holen dann das Bett und gehen dann zur Tante genau das ist ziemlich stressig gerade das ist echt schön von mir ich bin total stolz auf mich dass ich trotzdem flog obwohl es so stressig ist genau jetzt ist auf jeden Fall das Babyfone noch weil meine Bibi und ihr Freund die haben ein Haus gebaut und das heißt wahrscheinlich wird Finn oben schlafen und dass die da nicht so aufpassen muss kriegt sie einfach das Babyfone mit weil ich weiß dass sie sehr vorsichtig ist mit ihm wir haben jetzt auch von der Oma das Bettchen abgeholt man es gießt so meine Füße sind schon total nass mittlerweile haben wir schon halb acht also es frisst schon alles Zeit das wir machen ja und jetzt wird Finn zur Pantente abgegeben und ich weiß man sieht mich gerade nicht gut Gute Morgen Hallo so Finn ist jetzt endlich angekommen bei seiner Pantente und ja wir gehen dann irgendwann nach Hause wenn er dann schläft und beruhigt ist und alles und das war es dann glaube ich auch für heute Morgen gehts dann weiter Bis dann